So, jetzt schauen wir mal. Okay, die Katze pennt, dann lasse ich sie pennen. Jetzt schauen wir doch mal, wie weit der Stall ist. Es ist noch nicht fertig, aber er arbeitet natürlich weiterhin daran. Vorbei, da oben ist ja auch noch die Kohle. So. So. So, ich kann den noch gar nicht ernten. Okay. Hier könnte ich schon Dinge ernten, aber ich will gerade nicht. So. Okay. Jetzt machen wir den Spaß nochmal. Und ich versuche wieder herauszufinden, was Tiere kosten. Aber jetzt bin ich höchstwahrscheinlich zu früh. Aber... Schauen wir doch mal. Ich muss mich vorbereiten, die Drachenhöhle ist in der Nähe. Ach ja, Kind sein. So, also die Tür ist offen. Und da steht auch wer. Hallo. Willkommen zurück. Wie kann ich dir helfen? Zeig mir was über Tiere. Ja, toll. Ich sehe natürlich... Ich sehe natürlich weiterhin nur Hühner. Ja, dann... Hilft mir das nicht. Was haben wir dann hier? Wir können Eier kaufen, Heu, Kuhmilch, Innereien. Oh Gott. Oh, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja gut Ja Das hilft mir jetzt gerade nicht Aber Da muss ich wohl morgen nochmal wieder kommen Ach ist das alles schön Das ist ja alles so unglaublich schön Nicht Das ist ja alles so unglaublich Kohle ich habe Kohle Noch viel mehr Kohle Das ist ja alles so unglaublich Geil Oh das muss ich mir merken Dass da auch noch eine Kohle ist Ich vergesse das immer Aber da kann ich jetzt in Zukunft direkt am Haus Zwei Kohle Stellen abbauen Und nicht nur eine Das ist sehr schön Ah okay Das ist da unten Aber hatte ich nicht sogar hier oben Irgendwann noch eine Nee Okay Ja Oh Okay. Okay, pass auf Leute, dann mache ich jetzt mal was in Anführungsstrichen doofes. Ich lege mich jetzt hin, auch wenn der Tag noch gar nicht richtig angefangen hat, denn ich will jetzt wissen, was Tiere kosten. Wir haben keinen Zeitdruck, es ist ein Endlosspiel, so wie ich das verstanden habe. Also... Ah, jetzt gibt es hier ganz viel zum Ernten. Geil. Interessiert mich nur immer noch nicht. Okay. 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 Wie, er ist immer noch nicht fertig? Ey Junge, wie lange braucht der denn dafür? Ja gut, in der Realität wird es noch länger dauern, aber... Jetzt bin ich extra früher ins Bett gegangen, um festzustellen, dass er noch immer nicht fertig ist. Das fuckt mich ab wie Sau. Nein, bro. So, das war schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017